Die Kreative Deutschland ist ein neuer Zusammenschluss von Kreativnetzwerken aus ganz Deutschland. Wir haben uns hier in Hannover getroffen mit 14 Städten, um zu gucken, wie wir besser voneinander profitieren können, wie wir Erfahrungen austauschen können, wie wir uns enger verzahnen können, wie wir gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit machen können, auch Lobbyarbeit, um die Kreativwirtschaft in Deutschland insgesamt weiter nach vorne zu bringen. Den höchsten Lebenswert hat eine Stadt, wenn das Thema des Kreativen, der Kunst, auch des Städtebaus, der Stadtkultur, wenn das immer mitgedacht ist. Sonst sind Lebensstädte nicht wirklich, sonst haben sie nicht die Lebensqualität, wo Menschen dann im Herzen angesprochen werden. Die Kreativwirtschaft kann der Entwicklungsmotor der Städte des 21. Jahrhunderts sein. Es gibt das E-Mail-Zentrum, dort seht ihr zum Beispiel schon einen der Hochhäuser. Ich stelle euch einfach vor, da vorne wäre ein Café oder eine Kneipe oder eine Bahn. Truppenfoto, Selfie! Also mein Name ist Sabine Gollner, ich bin hier für die Künstlerkolonie Fichtelgebirge und ich bin hier gekommen, weil wir sehr viele gemeinsame Interessen haben, deutschlandweit. Wir müssen ernst genommen werden, weil wir sehr, sehr viel Wirtschaftskraft haben, aber noch viel mehr Potenzial und ja, da ist die Zukunft drin. André Batz, Vorstand vom Kreativnetz in Köln, K&NK. Ich bin jetzt hier beim vierten Treffen Kreative Deutschland. Für mich ist es ein Grund nochmal rauszugucken. Wir machen unsere Arbeit. Ich möchte wissen, wie arbeiten andere Netzwerke? Wie kann man sich vernetzen? Wie kann man lernen? Wie kann man gemeinsam Synergien eingehen? Ja, also ich bin Corinna Hesse vom Netzwerk Kreative MV, Arbeitsgemeinschaft Kultur in Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und wir beteiligen uns hier an dem bundesweiten Netzwerk, weil wir es ganz, ganz wichtig finden, dass wir uns deutschlandweit zusammentun und für die Kreativwirtschaft wirklich von unten Initiativen entwickelt, von den Kreativen selbst, die wissen, welche Probleme sie im Alltag haben, welchen Herausforderungen sie ausgesetzt sind, sodass wir gemeinsam Lösungen finden und dann auch bundesweit eine Schlagkraft entwickeln, die größer ist. Mein Name ist Andreas Lüppers für Hamburg hoch 11 und ich bin hier, weil ich mir von einem bundesweiten Netzwerk eine wirklich bundesweite Aufmerksamkeit verspreche. Zum Beispiel die Form der Verknüpfung von Freizeit und Arbeiten, die Form von Einsatz von Energie zur Umsetzung von Ideen, die Möglichkeiten Produktionswege massiv zu verkürzen und durch Vernetzung und Austausch von Ideen teure und aufwendige Recherchen zu verhindern und zu vermeiden. Ja, ich bin Beate Nechler, ich komme aus Osnabrück und dort bin ich Initiaturin des Kreativnetzwerkes K-Quadrat. Wir müssen die Kraft der Vielstimmigkeit nach vorne bringen und dafür ist so ein Bundesverband oder der Bundesinitiativen gut. Also mein Name ist Daniel Fischer, ich bin hier für die Künstlerkunde und die Fichtelgebirge. Wir sind ein sehr ländlicher Raum und ich engagiere mich in der Kreative Deutschland oder möchte mich engagieren, war heute das erste Mal dabei, um eben auf diese Kleinst und Mikrounternehmer, die bei uns im ländlichen Raum ganz viel unterwegs sind, in so Ein-Mann-Agenturen, Ein-Mann-Film-Dienstleistung, Fotodienstleistung, Texter, was es alles gibt, auf Bundesebene aufmerksam zu machen, weil da ganz viele große Talente dabei sind. Hallo, ich bin Sophia Kontos von Wir Gestalten Dresden im Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft von Dresden. Wir engagieren uns in dem Netzwerk Kreative Deutschland, weil wir denken, dass ein Erfahrungsaustausch auf Bundesebene von den jeweiligen Netzwerken, Initiativen einen großen Mehrwert für die einzelnen Mitglieder liefert. Und daher sieht man auch auf Landesebene in dem Fall, was für positive Möglichkeiten von so einem Zusammenschluss, von einem gemeinsamen Schulterschluss sich ergeben und was für eine Schlagkraft entwickelt werden kann, wenn man gemeinsam auftritt und nicht einzeln. Ich bin Kai Schirmreger, Projektleiter beim Kreativ-Netzwerk Hannover e.V. Wir sind davon überzeugt, dass es ganz, ganz viel bringt, wenn wir uns mit anderen Kreativ-Netzwerken in Deutschland intensiv austauschen, denn ja, dann können wir unsere Erfahrungen weitergeben und natürlich gleichzeitig von anderen profitieren, Fehler vermeiden, die andere vielleicht schon gemacht haben und einfach gucken, was kann man zusammen noch an Synergien erzielen, um noch stärker zu werden. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.